Guess who's back? Und zwar ich. Äh, quahahahaha! Ihr habt wirklich Glück, dass ihr bei mir gelandet seid und mit euren Abenteuerspiechen sieht es erst einmal aus. Ja, ich brauche bitte nur dein Raiku. Äh, Entei, 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 Entei natürlich. Äh... Nein! Oh shit. Ey, ich hab doch die Pimentas angegriffen, oder? Oh, selte. Noch ein Kryptischschlag müsste da reichen. Ah, ihr zerstört mich ja richtig, ihr zerstört mich ja richtig. Kübertrank, na danke. Na toll. Ah, verloren. три ach 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 ich Ach, jetzt sage ich gerade gar nichts mehr. Junge. Ich bin gerade ziemlich konzentriert. Ähm. Ja, ja, ich habe verloren. Ach, genau, deswegen habe ich nichts mehr gesagt. Ich habe gedacht, ich will hier sowieso anfangen die Folge neu an. Ähm. Ich habe schon gedacht, dass so etwas passiert. Ich habe auch gar keine Ahnung. Ach, das ist doch Käfer, Stahl. Das Teil ist doch Käfer, Stahl. Ah, verloren. Kriege ich vielleicht vor Stelka noch für die Erfahrung? Ja. Jetzt kommt der Typ mit Welser. Alles klar. Ja. Genau. So würde ich es machen. Nice. Jetzt kommt der Typ mit Entale. Das wird nichts. Jetzt kommt er mit Flammenwurf. Komm schon. Zu schwer ist es nicht. Nein. Oh Mann. Ich habe noch einen Versuch. Ich habe noch einen Versuch. Theoretisch. Nee, habe ich nicht. Tschüss. Wie mache ich das? Ich kann es nur noch mal probieren. So, das sind meine Pokémon. Oh Mann. Sie können ja alle nichts außer Krypto schlagen. Brava. Ja. Hm. Aber ich kann... Ich habe kein Wort zu speichern. Ich probiere es einfach noch mal. Was soll ich jetzt machen? Also, der hat mit Fostelka und... Fostelka ist Käfer Stahl. Das ist... Gut, für Ariyama. Und mit noch irgendeinem... Ich hoffe einfach, dass ich jetzt mit Megane richtig lag. Die Pumentas. Okay. Das könnte vielleicht sogar passen. Sonnentag. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Was mache ich denn? Das war doch überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Hä? Okay, ganz ruhig. Zack. Das wollte ich machen. Das ist unfair. Das ist einfach nur unfair. Wenn sowas passiert... Guck. Er trifft... Er trifft beiden. Wetten? 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 So. Ich hasse es, ich hasse es Erdbeben wieder einmal Es wehrt schon wieder ab Wenn das jede scheiß Attacke abwehrt, was ist denn das? Das müsste es jetzt werden eigentlich Er schickt direkt die Beltra Und Velsa Ach, ich habe schon wieder keine Heil-Items gekauft Ich habe gar keinen übertrank Erstmal Synthese Genau, das ist doch gut so Oh der fuck, wie viel Schaden das einfach macht Ha, Opfer Schön Das läuft gerade ausnahmsweise gut Er macht aber Erdbeben Kann ich gerade noch so verkraften? Er nimmt sein Velsa raus Okay, das ist mir schon klar Ich hoffe einfach auf die Paralyse Nein Feuersturmer geht es Megane ist tot Das war eigentlich klar Das ist cool, ist doch Typ Wasser, oder? Gut, 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 gut Eher weniger gut Das ist gut Ah, da habe ich Angst Ne, muss ich was heilen? Ja, 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 ja Wo ist der? Ja, 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 ja Ich hätte einen Timerball werfen Wie dumm bin ich Boah, wie dumm bin ich, Alter Scheiße Oh, scheiße Oh, man Ha, Mist Ja, sagst du richtig Jetzt kommt er mit Kryptoschlag Jetzt kommt er mit Kryptoschlag Genauso Genauso wie, 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 wie Raikou Scheiße Nicht schon wieder, Alter Nicht schon wieder Ja, ist überlebt Bitte Bitte Bleib drin Nein, das ist tot, das ist tot, das ist vorbei Ja, 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 Kryptoschlag Ich bin raus Ganz großen Applaus Halt dein Maul, Mann Wo soll ich denn dann diese Pokémon noch herbekommen? Das war das mit dem Parchus Okay. Ich bin 20 Äu Und schon wieder Oh, Mann Und schon wieder Ich bin 21 Ja, sonst �